So, liebe Sports-Freunde, ich kann mich noch mal bei den Kämpfer neu vorstellen. Die Blaue Ecke ist 26 Jahre alt und wiegt 59,6 kg. 1,5 kg aus Kroatien, insgesamt 8 Kämpfer davon, 2 gewonnen, 5. Sie hat schon gekämpft um den IWF-Weltmeister, die eine höchste Applaus für Laura Ecke, Manuela Zull. 2,5 kg aus Kroatien und 2 gewonnen. 2,5 kg aus Kroatien und 2 gewonnen. Sie boxt vor IWF, der Box in Norden und für ihren Promoter Thomas Lissi, der heute auch hier anwesend ist. Grüßen Applaus und auch hier bei U-Kai! Der Box führt in Federleichtgewicht 6x2 Nr. 4,5 kg aus K הא 5,1 kg aus Kroatien und 1. So, das hier Verkleidung ab, das in unserem Fall reflektierder Anschließend ist es bei Pima. Kommt Sie auf den�ten der Mickel. Falt an der Reihe, Falt an der Reihe! Falt an der Reihe, Falt an der Reihe! Falt an der Reihe! Falt an der Reihe! Falt an der Reihe, Falt an der Reihe! Das ist das, das ist das. Herzlichen Glückwunsch! Rundfunk! Alkohol! Aber Rove der Reihen gewonnen, von den Leuten, die Dinge zu PMG nominating. Ich empfehle dich dafür. Ich empfehle dich. Ein andes Streit! Kaufheit! Fugt auch auf dich! Fugt auch auf dich! Fugt auch auf dich! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Übungen von NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Fight, fight, fight Fight! Fight, fight Fight, out Okay Nein, 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 nein! Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.